Die Meinungsfreiheit ist ein ziemlich wichtiges Werkzeug zur politischen Willensbildung und zwar weltweit. Und auch wenn wir bereits schon im 21. Jahrhundert sind, gibt es immer noch viele, viele Länder, in denen die Meinungsfreiheit sehr stark eingeschränkt wird. Das aktuellste Beispiel sind die Proteste im Iran nach dem Tod von Mahsa Amini. Die ganzen Proteste haben dafür jetzt gesorgt, dass die iranische Regierung das Internet vollständig zensiert und so die iranischen Bürger nicht mehr an Nachrichten herankommen. Genauso geht es den russischen Bürgern in Russland. Mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine hat auch die russische Regierung das Internet so weit eingeschränkt, dass die russischen Bürger eben nur noch das zu sehen bekommen, was die russische Regierung gerne hätte. Zusätzlich gibt es noch diverse Whistleblower, die entsprechend Missstände in Regierung und Wirtschaft aufdecken. Auch diesen Whistleblowern darf man niemals den Weg zur Information entsprechend versperren. Und darum geht es heute. Einerseits mit dem Betriebssystem TAILS, womit man Zensur umgehen kann. Und wir helfen heute noch die Bürger und Bürgerinnen im Iran, um wieder das freie Internet nutzen zu können. Also, schnapp dir einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag! Es ist wieder Sonntag, Zeit für SonntagsOS und heute installiere ich mal TAILS, ein tragbares Betriebssystem that protects against surveillance and censorship. Hier ist die Übersetzung scheinbar noch nicht ganz vollständig. So, TAILS. Was ist TAILS genau? Wo kommt TAILS her? Dazu müssen wir mal auch kurz schauen, warum TAILS als Betriebssystem tatsächlich so wichtig ist. Ich denke mal, eine der berühmtesten Whistleblower-Seiten auf diesem Planeten ist das Portal Wikileaks. Hier werden sämtliche Geheimdokumente geleakt, sowohl aus Politik und Wirtschaft. Und das gefällt natürlich einigen Organisationen und Regierungen nicht. So, umso wichtiger ist es, um Missstände eben aufzuklären, dass die sogenannten Whistleblower, also die, die diese geheimen Daten dann eben an die Presse weiterleiten, dass die irgendwie a. geschützt sind und b. zumindest die Sachen in irgendeiner sicheren Art und Weise auch an die Presse weiterleiten können. Auch wenn das mit Julian Assange, der ja momentan immer noch in Haft ist, und auch mit Edward Snowden, der ja die NSA-Sachen geleakt hat, wenn das auch schon eine Weile her ist, ist Whistleblowing immer noch ein sehr, sehr aktuelles Thema, wie z.B. hier gerade Anfang des Jahres haben wir hier eine Dolmetscherin, die Ex-Dolmetscherin, die heißt Reality Winner, das ist ihr Name. Sie hatte schon zur Trump-Regierung, hatte sie schon vor Putin gewarnt, dass da Daten geleakt werden, geheime US-Daten geleakt werden, zum Teil von der US-Regierung an Russland. Und als sie das veröffentlicht hatte, ist sie dafür von der Trump-Regierung verhaftet worden und dann ins Gefängnis gekommen. So, und das wohl aktuellste Thema in Sachen Freiheit, Pressefreiheit und Meinungsfreiheit, habt ihr sicherlich alle mitbekommen, das ist der Tod der Iranerin Mahsa Amini, die quasi in Polizeigewahrsam getötet wurde, weil sie das Kopftuch nicht richtig getragen hat. Und jetzt herrscht eine große Protestwelle auf den Straßen Irans und ja, die Regierung dort dreht jetzt quasi nach und nach das Internet ab. Wie das Internet dort abgedreht werden kann, ist natürlich nur durch Sperren möglich, durch IP-Sperren. Und wenn du noch dran bleibst, zeige ich dir, wie du den Iranern auch helfen kannst, ins Internet zu kommen. Ja, genau, du von deinem heimischen PC aus. Es bleibt also spannend. So, und ja, Tails ist quasi ein Werkzeug. Es ist weniger ein tägliches Betriebssystem, das man so auf allen Rechnern installiert hat, sondern am besten wäre es, wenn man es einfach auf dem USB-Stick mit sich rumführt und dann kann man das in jeden Rechner reinstecken und dann vom Rechner aus starten. Es gibt jetzt keine grundsätzliche Notwendigkeit, Tails als festes Betriebssystem zu installieren. Warum ist Tails so wichtig? Tails verbindet das Internet über das Tor-Netzwerk und auch die großen Pressevertreter, ich bin jetzt hier zum Beispiel mal beim Spiegel, die haben eine spezielle Onion-Adresse. Die sieht so aus. Das sind diese ganz speziellen Onion-Adressen. Und hier zum Beispiel kann man beim Spiegel direkt einen Decknamen angeben und dann hier zum Beispiel geheime Daten, geheime Dokumente direkt geheim und anonym via SecureDrop an den Spiegel weiterleiten. Geht man dann hier einfach auf erste Schritte drauf, das dauert ein bisschen, das Tor-Netzwerk braucht halt ein bisschen. Dann notiert man sich halt diese Worte. Das alles ist sehr, sehr wichtig nachher, um sich gegenüber dem Spiegel auch zu authentifizieren. Denn der Spiegel, die Journalisten vom Spiegel, die kennen dich dann nicht. Die wissen auch nicht, wer du bist, wer du wirklich bist. Aber sie müssen ja trotzdem irgendwie sicherstellen, dass du immer wieder dieselbe Person bist, mit der sie kommunizieren. Und das passiert dann mittels dieser Geheimworte, die man sich dann einfach abspeichert. Ja, und die können auch nicht wiederhergestellt werden. So, und wenn man sich die dann aufgesetzt hat, dann kann man fortsetzen und dann kommt man zu so einem Upload-Formular und dann kann man seine ganzen Sachen, die man hat, entsprechend in diesem SecureDrop entsprechend hochladen. Und die Journalisten vom Spiegel, die, ja, lesen dann die Dokumente durch, bewerten das, schwärzen dann spezielle Sachen aus, um halt gewisse Personen wegen Persönlichkeitsrechte und Datenschutz zu schützen. Und dann wird das gegebenenfalls veröffentlicht. So, und schon alleine, um eben auf diese Adresse zugreifen zu können, ist eben eine Tor-Verbindung notwendig. Das geht natürlich auch hier in dem Falle mit dem Brave-Browser oder mit dem ganz einfachen Tor-Browser. Manchmal ist das aber nicht ohne weiteres möglich, gerade auf Dienstrechnern entsprechend Sachen zu installieren, einen Tor-Browser oder Software zu installieren. Und da ist es dann ganz gut, wenn man dann ein Betriebssystem eben auf einem USB-Stick mit sich rumführt, um diesen dann entsprechend in jedem Gerät starten zu können. Gut, und jetzt wollen wir mal gucken, wie Tails, wie man das einfach mal installiert. Ich werde das jetzt ganz normal in eine virtuelle Maschine installieren. Und dann gucken wir uns Tails kurz und knapp einfach mal an. Ich möchte aber vorher noch mal darauf hinweisen, Tails ist eben ein gemeinnütziger Verein. Der wird von einem gemeinnützigen Verein erstellt und gebaut und ist eben auf Spenden auch angewiesen, um eben die Programmierer zu bezahlen. Und wenn du nicht spenden kannst oder möchtest, kannst du auch dich direkt aktiv beteiligen, zum Beispiel eben als Autor, um Blog-Beiträge zu verfassen oder eben auch an der Übersetzung mitzuwirken. Des Weiteren kannst du auch eben unterstützen, so wie ich das jetzt mache, quasi als Sprecher. Im Prinzip spreche ich mich ja jetzt hier für Tails aus. Ja, auch das geht, indem du aktiv Werbung machst, den Tails-Browser eben zu nutzen, um Meinungsfreiheit und Pressefreiheit zu schützen. Und dann kann man hier auch entsprechend Logos und Sticker und so weiter auch bestellen. Gut, so, dann Install Tails. Hier wählst du jetzt aus, welches Betriebssystem du jetzt aktuell nutzt. Wenn du das Ganze jetzt über eine Windows-Maschine machst, dann klickst du hier auf Windows, machst du das über Mac, dann auf Macs und so weiter. Und du kannst natürlich alles auch hier über das Terminal installieren. Ich nehme jetzt ganz normal Linux. So, dann wird hier aufgeschrieben, ja, was man denn so braucht, um Tails zu installieren. Zum einen einen USB-Stick. Da muss die ISO nachher draufgebildet werden. Dann irgendein Betriebssystem, in dem Fall jetzt Linux, so und so für Gigabyte RAM und 64-Bit wird vorausgesetzt, einfach um diese große Datei dann zu bearbeiten. Dann ein, ja, Smartphone oder Printer steht hier. Das ist nur notwendig, falls du dann Tails nachher auf diesem Rechner, an dem du jetzt sitzt, auch nachher starten möchtest. Dann solltest du dir die Tails-Seite entweder auf dem Smartphone oder die Dokumentation entsprechend auf einem Smartphone aufrufen oder eben, ja, ausdrucken. Ja, und eine Stunde wird das wohl insgesamt ungefähr dauern. Zumindest sagen die das. Und dann steht hier ganz kurz und knackig, wie das dann funktioniert. Also man lädt das Image herunter und installiert das Ganze auf einen Stick. Dann startet man den Rechner und dann ist man auf Tails im Prinzip. Gut, dann würde ich sagen, einmal Download. So, wenn der Download dann durch ist, dann gibt es eine IMG-Datei. Die IMG-Dateien lassen sich aber in einer virtuellen Maschine nicht öffnen. Dann, ich brauche eine ISO-Datei. Und jetzt kommt das Besondere, dass bei diesen Image-Dateien, um diese in eine ISO umzuwandeln, genügt es tatsächlich, diese einfach umzubenennen. Das heißt, die Endung einfach in ISO umbenennen. Und dann ist fertig, weil die Datenstruktur in den Image-Dateien ist eins zu eins dieselbe wie bei den ISO-Dateien. Also genügt hier ganz einfach eine Umbenennung. Und schon hat man eine ISO-Datei. Ist also ganz einfach. So, dann öffnen wir eine virtuelle Maschine und wählen die frisch heruntergeladene ISO oder die Image-Datei im Prinzip aus. Das ist Tails. T wie Tails. Da haben wir es. Einmal auswählen. Nichts erkannt. Tails basiert meines Erachtens auf Debian. Deswegen kann man hier Debian auswählen, aber man kann hier auch alles andere auswählen. So, ich sage mal, zwei CPUs und der Speicher, das reicht erst mal aus. 20 GB Festplatte ist auch okay. Und Tails. So. Wir tun jetzt quasi so, als wenn wir jetzt dieses ISO quasi von, oder als USB quasi starten. Ich nehme jetzt hier ein ganz normales UEFI. Alles andere kann im Prinzip so bleiben. Okay. Und Installation beginnen. So. Und dann einfach Tails starten. So würde das dann im Prinzip auch aussehen, wenn es vom USB-Stick gebootet wird oder hochgefahren wird. So. Und dann ist man hier in einem, ja, Gnome-Data. Und hier kann man dann erst mal auswählen, ja, die Sprache und das Land. Ich nehme jetzt einmal Deutsch, Deutschland. Dann hat er den Rest schon fertig ausgewählt. Und hier kann man dann noch weitere Sachen noch hinzufügen, wie zum Beispiel eine MAC-Adress-Anonymisierung. So. Dann machen wir einfach mal Start Tails und gucken mal, was passiert. Und hier hat er jetzt auch schon die virtuelle Maschine als solche erkannt und warnt mich eben, dass das Ganze eben dann nicht zu 100% sicher ist. Das ist auch völlig in Ordnung. So. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich mal ganz fix die Auflösung noch ein bisschen anpassen. Auf Full HD. Beibehalten. Und sieht so super aus. Und hier kann ich jetzt, ja, entweder aussuchen, ob ich mich automatisch mit Tor verbinden möchte oder ob ich sogar mein lokales Netzwerk verstecken möchte. Ich nehme jetzt einfach ganz normal Connect Tor, weil es einfacher und schneller geht. Hier kann man dann noch die Tor Bridge Nodes selber konfigurieren. Das ist aber nur dann notwendig, wenn du genau weißt, auf welche Tor Nodes du entsprechend zugreifen möchtest. Zum Beispiel, weil du genau weißt, wo die ein bisschen schneller sind. So. Aber wir lassen das Häkchen raus und gehen einfach mal zu Connect to Tor. Denn ohne die Tor-Verbindung haben wir jetzt gar keinen Zugriff aufs Internet. Das ist dann hier komplett geblockt. So. Dann ist die Verbindung erfolgreich zustande gekommen. Jetzt kann ich hier direkt den Tor-Browser starten oder mir die Verbindungsknoten entsprechend anschauen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So. Hier sind die ganzen Kanäle, die hier schon quasi aufgelistet sind. Die werden jetzt quasi, jetzt wird das Tor-Netzwerk quasi gescannt. Und die ganzen Relay-Knotenpunkte kann ich mir dann hier anzeigen lassen. Da wäre es zum Beispiel hier aus der Niederlande, so wie es aussieht. Zumindest die IP in der Niederlande. Da haben wir hier noch einen Kanal mit mehreren Servern aus der USA, der Schweiz und auch in Deutschland. Jetzt nehme ich mal einfach hier unten ganz random ein. Haben wir Schweden, haben wir Ungarn ist hier. Ja, also die Tor-Knoten sind wirklich weltweit stehen die. Aber viele stehen natürlich auch in Deutschland, weil Deutschland sich da wirklich gut immer anbietet als für Server-Standorte. Hier haben wir noch Italien, Bauruine. Und ja, so sehen dann diese Tor-Verbindungen aus. So, wir können mal den Tor-Browser dann starten, weil das wird ja dann das Offensichtlichste sein, warum man überhaupt Tails installiert, weil man natürlich via Tails ins Internet rein möchte. Und da öffnet sich jetzt quasi, ja, ein modifizierter Firefox. Da können wir jetzt gleich mal schauen über Tor-Browser. Und das ist dann ein ESR, also Extended Support Release, basierend auf den Firefox 91.13 ESR. Ja, und Updates sind auch deaktiviert worden. Das ist halt ein Sicherheitsfeature. So, hier kann ich jetzt Tor überprüfen. Da öffnet sich jetzt hier automatisch die Seite. Congratulations, this browser is configured. Und hier ist dann die IP-Adresse, mit der ich jetzt hier nach außen telefonieren kann. Die werde ich jetzt hier auch gar nicht ausblenden oder so, weil die ist sowieso wieder weg, sobald ich hier aus dem Tor-Netzwerk wieder raus bin. So, der Tor-Browser enthält noch einige Erweiterungen, wie zum Beispiel so ein Security-Level-Meter sozusagen. Das kann man dann hier entsprechend auch eintragen. Da kann es dann sein, dass halt JavaScript und so weiter komplett deaktiviert wird. Dann haben wir hier Browser-Cleaner, der, wenn ich da drauf drücke, wird der komplette Cache-Historie, alles wird sofort gelöscht. Und dann gibt es hier noch uBlock-Origin, wenn ich mich nicht irre. Jawohl, das ist uBlock-Origin. Und ja, hier kann ich dann entsprechend auch nochmal Werbeblocker, das ist halt ein Werbeblocker, Skriptblocker und so weiter. Ist sehr zu empfehlen. Gibt es ganz normal im Extension Store von Mozilla, aber eben auch bei Google Chrome. Für Google Chrome gibt es das auch. Einfach mal installieren. Das ist ein schöner Werbeblocker. Gut, dann, ja, jetzt kann ich im Prinzip ganz regulär auf, entsprechend auf die, auf das Tor-Netzwerk drauf zugreifen. Es gibt da eine Seite, die nennt sich TheHiddenWiki. TheHiddenWiki, ich werde das jetzt einfach mal so suchen, über DuckDuckGo. Das ist die Standort-Suchmaschine, die er dann hier anbietet. Und da kommen wir dann jetzt gleich zu TheHiddenWiki.com. Und auf TheHiddenWiki.com, da ist quasi so eine Art Sammlung von diversen Onion-Seiten, auf die man eben so drauf zugreifen kann. Vieles hat mit Crypto zu tun. Es gibt aber auch ein paar, sag ich mal, illegale Seiten. Es gibt auch Zugriff zu E-Mail-Providern, zu persönlichen Blog-Sites und ja, noch vieles, vieles mehr. So, auch die CIA in den USA, dass der US-Geheimdienst hat ebenfalls eine eigene Onion-Seite, eine eigene, ja, Tor-Seite im Prinzip. Das kann durchaus sinnvoll sein, weil es sicherlich auch, ja, Leute, Informanten gibt, die dann eben auch geheime Sachen an die CIA leaken. Auch aus der Richtung gibt es es natürlich. Da bietet die CIA natürlich auch eine eigene Onion-Seite an, damit man dann eben, ja, anonym eben auf die Seiten des CIA drauf zugreifen kann. Natürlich muss man da ein bisschen aufpassen. Das Tornetzwerk wirkt natürlich wie ein rechtsfreier Raum. Da wird viel, viel Schindluder getrieben. Es ist einerseits eine gute Sache, wenn man für die gute Sache kämpft. Das Tornetzwerk bietet natürlich auch, ja, offene Türen für kriminelle Aktivitäten für, und deswegen da bitte aufpassen. Wenn du also im Tornetzwerk unterwegs bist, dann kommst du möglicherweise auf Seiten, die du bereust, je gesehen zu haben. Sagen wir es mal so, ziemlich vorsichtig. So, wir schauen uns mal Tales noch an. Hier oben auf Aktivitäten, da sehen wir dann das, was gerade offen ist. Jetzt ist aktuell nichts offen. Und hier so die gängigen Verdächtigen, die wir so brauchen. Tor Browser, Tor Connection. Hier kann man dann ein Persistenzvolumen konfigurieren. Das funktioniert hier aber nicht, weil er hat erkannt, dass das nicht auf USB läuft. Wenn man Tales auf einen USB-Stick lädt, hat man auch die Möglichkeit, einen gewissen Speicherbereich auf dem USB-Stick für dauerhafte Speicherung von Daten freizugeben. Das ist dann sinnvoll, wenn man zum Beispiel Daten halt wirklich ablegen möchte, wie zum Beispiel Dokumente, die eigenen Dokumente und so weiter. Da ja ansonsten, wenn man einen USB-Stick rauszieht und immer wieder neu startet, dann ist ja alles wieder gelöscht und alles wieder zurückgesetzt. Und mit diesem Persistenzvolumen, das kann man dann verschlüsseln und hier dann darüber auch konfigurieren. Wie gesagt, das funktioniert jetzt hier nicht. Da kann man dann entsprechend auch die Größe bestimmen. So, hier geht es noch zur Dokumentation. Dann gibt es Whisperback. Das ist ein Fehler-Reporting-Tool. Den Tales-Installer gibt es noch. Man kann dann quasi jetzt direkt, wenn man Tales gestartet hat und dann kommt jemand und sagt, ey, ich würde Tales auch gerade, kann man da gleich einen USB-Stick rein und von hier aus dann auch direkt Tales auf ein neues USB-Stick dann laden. Das geht also auch. So, dann gibt es noch Thunderbird. Haben wir hier, wir haben KeePassXC. Das ist ein Passwortmanager. Ist auf jeden Fall sehr, sehr zu empfehlen, einen Passwortmanager zu benutzen. Cleopatra. Cleopatra ist eine Schlüsselverwaltung. Schlüsselverwaltung und dann haben wir noch einen Dateimanager. Und hier gibt es dann die üblichen Ordner, eigene Dokumente, Downloads und so weiter. So, das ganze Betriebssystem selber hat die GNOME-Oberfläche. Das sieht man auf jeden Fall schon sehr gut. Hier auf weitere Anwendungen finde ich dann noch Audacity ist vorinstalliert als Audio-Bearbeitungsprogramm. Da könnte man sich jetzt fragen, okay, was hat das auf einem Betriebssystem wie Tales zu suchen? Naja, man kann auch geheime Botschaften in Audio verstecken. Ja, also das ist gar nicht so unüblich, dass man zum Beispiel Audiodateien einfach nimmt, wo Musik drauf ist oder wo einfach nur ein Rauschen drauf ist. Und wenn man diese dann mit dem Spektrometern Audacity entsprechend analysiert, sieht man dann in den Kurven dann entsprechend Mitteilungen. Das geht tatsächlich auch. Also es ist gar nicht so unüblich, dass man auf diese Weise geheime Botschaften auch versendet. So, GIMP ist auf jeden Fall auch mit drauf zum Bearbeiten. Bitcoin Wallet ist hier mit drauf von Electrum. Das ist natürlich wichtig, weil viele Informanten dann auch in Bitcoins dann bezahlt werden oder eben auch umgekehrt man selber, um Informationen zu beschaffen, diese dann eben nur mit Bitcoin zahlen kann, wenn man sie kaufen möchte. So, ein Hash-Tool ist mit drauf. Laufwerke, wir machen mal weiter. Die LibreOffice Bibliothek ist mit drauf. Das ist sehr, sehr gut. Dann Onion Share. Onion Share klingt so ähnlich wie das Secure Drop. Und tatsächlich ist das auch so ähnlich wie Secure Drop. Und da kann man Dateien versenden, empfangen und auch Websites veröffentlichen. So, Terminal haben wir natürlich auch. Die Synaptics Paketverwaltung, da wissen wir dann also, dass das Ganze ein Debian-basiertes System ist. Hier noch der Taschenrechner ist natürlich mit dabei. Texteditor. Tonaufnahmegerät ist auch durchaus wichtig. Ein Diktiergerät. Veracrypt ist mit vorinstalliert zum Verschlüsseln und Entschlüsseln von Dateien. Ein unsicherer Browser ist mit drauf. Den haben wir aber nicht freigeschalten. Den hätten wir ja freischalten müssen. Und das wäre im Prinzip der normale Firefox gewesen. Wir lassen den jetzt erstmal laden. Der wird jetzt ein bisschen laden noch. So, und dann gibt es noch einen Videoplayer. Und ja, hier haben wir dann dieses Whisperback, das Reporting-Tool für Bugs und Fehler. So, und mehr ist es im Prinzip nicht. Auf die Anwendung kann man dann auch hier oben drauf zugreifen. Ansonsten, wenn du Sachen installieren möchtest, gibt es da zwei Möglichkeiten. Entweder direkt über die Synaptics Paketverwaltung oder ganz normal auch über das Terminal. Das kann man hier auch machen. Allerdings wird das hier nicht funktionieren. Wenn ich jetzt hier sudo update zum Beispiel eingebe, kommt jetzt ein Fehler, dass ich keine Root-Rechte habe, keine sudo-Rechte, da ich mir zu Beginn beim Starten ein Administrator-Passwort hätte vergeben müssen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich starte jetzt Tails einfach mal neu. So, hier wieder die Sprache. German. Und weiter. Dann hier auf bei weiterer Einstellung einfach Administrator-Passwort. Wir gucken mal, ob ich mir was hinzufügen kann. Jawohl. Dann können wir einen Unsafe-Browser auch noch hinzufügen. Das reicht erst mal. Okay. Und Start. So, wieder neu gestartet. Und Onion, es läuft jetzt auch. Jetzt können wir nochmal ganz schnell unsicheres Browser. Unsicherer Browser starten. So, einmal Start. So, das ist auch der Tor-Browser, wenn ich das hier richtig sehe. Hilfe, unsicherer Browser. Hier ist auch der ganz normale Tor-Browser. Die selbe Version. Lediglich sind hier Skripte aktiviert. Und Cache und Cookies können hier zwischengespeichert werden. Das kann manchmal notwendig sein, wenn vielleicht bestimmte Dienste, Online-Dienste oder Funktionen mit dem normalen Tor-Browser nicht richtig funktionieren. Man sollte sich bei der Nutzung dieses unsicheren Browsers eben auch bewusst sein, dass dieser nicht anonym ist. Und das wird dann hier auch nochmal beschrieben. Hier ist zum Beispiel auch ein Grund beschrieben, warum das notwendig sein kann. Zum Beispiel, wenn man sich mit Hotspots verbindet, dann gibt es ja dieses 60 Minuten Free-Wi-Fi und so weiter, bei Hotels, Büchereien, Flughäfen und so weiter. Und da kann es manchmal sinnvoll sein, das Ganze über den Unsafe-Browser, weil ansonsten erkennen die Seiten, die Captive-Portale oftmals, dass es sich um ein Tor-Netz, ein Tor-Browser handelt und dann wollen die im Prinzip die Verbindung blocken. Manchmal ist es auch so, wenn du dich bei YouTube einloggen möchtest, Wikipedia, Google bei Google-Account einloggen möchtest, zum Beispiel Google Mail, dann verweigert Google in der Regel eben auch den Zugriff auf das Login, eben wenn man das Ganze über den Tor-Browser macht. Und da ist dann der Unsafe-Browser eine gute Sache, um dann eben diese Dienste nutzen zu können. Gut, so, soweit zum unsicheren Browser. Dann machen wir nochmal das Terminal. Jetzt haben wir das Ganze ja aktiviert. Das sollte jetzt funktionieren mit, ich mache hier mal ein bisschen dunkler, Einstellungen. Themenvariante dunkel. Jawohl. Und dann sudo update. So, dann das Passwort rein. Und dann sieht man hier, wird immer die Localhost-Adresse hier angezeigt. Das ist die 127.001 und dann noch ein Board dazu. Und ja, das ist dann daran, dass das Ganze hier wirklich über Proxys geroutet wird. Auch der Paketmanager. Hier gibt es sogar einige Spiegel-Server, einige Mirrors, die reine Onion-Seiten sind. Ja, das heißt, auch da werden dann die Updates entsprechend direkt von den Onion-Seiten gezogen. Und da ja über das Onion-Routing das Ganze ein bisschen, ja, langsamer braucht, da ja mehrere Verbindungen aufgebaut werden, muss man da eben ein bisschen geduldig sein und abwarten, bis der mit dem Download fertig ist. So, das hat jetzt ein klein bisschen gedauert, wenn man hier oben einfach mal auf die Uhrzeit guckt, wann ich das abgeschickt habe. Jetzt ist er gerade fertig geworden. Und jetzt können wir auch mal ein Programm installieren. Mal gucken. Sudo apt install und dann natürlich NeoFetch. So, ich wurde soeben noch darauf hingewiesen, dass ich ja kein Persistenzvolumen habe. Das heißt, NeoFetch wurde jetzt quasi in den Cache installiert einfach nur und sobald ich das neu starte, ist es natürlich wieder weg. Aber so würde es dann aussehen. Wir haben hier das Debian-Logo. Der erkennt das Ganze als reguläres Debian. Und hier sind dann nochmal die Stats. Also 2000 Pakete sind installiert. Das ist in Ordnung. Das ist gar nicht so viel. Und vielleicht auch sehr interessant, Gnome 3.38. Also doch eine etwas ältere Version von Gnome. Das, denke ich mal, ist durchaus wichtig. Gut, so, dann hier schon mal ein kleines Fazit. Für wen ist Tails geeignet? Im Prinzip soweit für jeden. Solltest du Tails nutzen? Ja, natürlich. Warum auch nicht? Hier empfehle ich einfach so einen kleinen USB-Stick. Den gibt es ja auch als Schlüsselanhänger. Einfach mit sich rumzuführen. Da einfach das Tails drauf installieren mit einem Persistenzvolumen. Und dann kann man immer, wenn man mal irgendwo ist und sich vielleicht mal einen Laptop ausleiht oder ähnliches bei jemandem einen Laptop nutzen möchte, dann einfach den Laptop direkt vom USB-Stick starten. Und schon hat man Zugriff auf seinen Tails. Das ist eine sehr, sehr gute Alternative, um ins Tor-Netzwerk zu kommen. Natürlich ist Tails auch besonders wichtig, wenn du im Journalismus tätig bist. Dann solltest du durchaus Tails kennen und wissen, wie es zu nutzen ist. Aber eben auch, wenn du politisch sehr aktiv bist. Gut, aber bevor wir jetzt hier beenden, habe ich ja noch versprochen, euch noch zu zeigen, wie ihr den Bürgern im Iran verhelfen könnt, ins Internet zu kommen. So, dazu fahren wir hier das Ganze einfach mal runter und beenden das mal. Und zwar ist es ja so, dass mit den Protesten im Iran die iranische Regierung das Internet nach und nach zensiert. Und das machen die auf eine Art und Weise, indem sie einfach IP-Sperren nationalweit setzen. Und so, dass dann entsprechend die Leute eben auf bestimmte IP-Adressen nicht mehr zugreifen können. Die werden dann von den iranischen DNS-Servern entsprechend komplett abgeblockt. So, jetzt könnte man sagen, ja gut, dann können sich ja die Iraner einfach auch Tails oder einen Tor-Browser installieren und von dort aus ins Internet kommen. Na, das ist auch nicht so einfach, denn wie wir soeben auch gesehen haben, in unserem Onion-Routing sind das jetzt nicht unendlich viele Server. Und die stehen auch entsprechend, die sind sehr überschaubar, die Knotenpunkte. Und diese IP-Adressen sind ebenfalls durch die iranische Regierung bereits gesperrt worden. Das heißt, viele können sich mit dem Tor-Netzwerk auch gar nicht mehr so richtig verbinden. So, und hier kommen wir jetzt ins Spiel. Also wir, der westliche Bürger, der da unterstützen kann. Und zwar gibt es in dem entsprechenden Erweiterungs-Store, im Extension-Store, ich zeige das auch gleich nochmal unter Chrome, aber wir können jetzt hier einfach mal in den Mozilla-Store gehen, in die Erweiterungen. Dazu einfach mal in die Einstellungen. Dann gibt es Erweiterungen und Themes. Und dann kann man hier zum Beispiel bei Erweiterungen auf addonsmozilla.org suchen. Da gibt es ein Add-on, das nennt sich Snowflake. So, hier haben wir Snowflake gleich hier oben. So, das kann man dann hier soweit zum Firefox einfach hinzufügen. Wird hinzugefügt. Okay. So, und dann ist das auch grün. Das ist dann quasi gleich nach der Installation aktiv. Und tatsächlich in dem Moment, wie ich jetzt schon aktiv bin, wurde sofort schon eine Verbindung hergestellt zu einem Benutzer. Das bin tatsächlich nicht ich. Hier steht Anzahl der Zeitverbundene Benutzer 1. Wahrscheinlich gibt es tatsächlich weltweit, gerade in den Nahoststaaten, jetzt viele, die permanent versuchen, sich mit dem Tor-Netzwerk auch zu verbinden. Auch jetzt tagsüber. Und die Verbindung, das dauert dann lange. Und die warten dann, bis eine nächste freie Verbindung ist. Und jetzt hat es einer geschafft, sich hier mit mir gleich direkt zu verbinden. Und dem verhelfe ich jetzt quasi ins Tor-Netzwerk. So, denn es ist ja so, die iranische Regierung kann einfach nicht alle IP-Adressen dieser Welt sperren. Und ich habe ja mit meinem Internet ebenfalls eine IP-Adresse zugewiesen bekommen. Die ändert sich alle 24 Stunden. Das ist im privaten Bereich, ist das so üblich. Ja, auch bei dir alle 24 Stunden kriegst du von deinem Provider eine neue IP-Adresse zugewiesen. Und diese ist mit Sicherheit im Iran nicht gesperrt, weil ich ja keine öffentliche IP-Adresse bin. Und jemand, der sich jetzt über das Tor-Netzwerk entsprechend mit dem Internet verbindet, der sucht sich jetzt quasi die Relays, mit denen er sich eben auch verbinden kann. Und umso mehr Snowflakes sich quasi im Netzwerk verbinden, im Tor-Netzwerk befinden, umso schneller kann die Netzwerkverbindung hergestellt werden und auch sicherer. Dabei fungiere ich nicht direkt, also derjenige, der Snowflake benutzt, also du oder ich, fungiere ich hier nicht direkt als Entry-Node oder als Bridge-Node oder Exit-Node. Ja, das heißt, ich kann hier auch nichts, sage ich mal, ja, überwachen oder ähnliches. Auch umgekehrt kann keiner drauf, sondern ich gebe lediglich meine IP-Adresse her. Wie eine kleine Schneeflocke lenke ich quasi ein bisschen ab, sodass meine IP-Adresse dafür sorgen kann, dass derjenige Iraner, nennen wir ihn jetzt mal, dass dieser entsprechend mit dem Tor-Entry-Node sich verbinden kann und zwar über meine IP-Adresse. Mehr ist es im Prinzip nicht. Da wird lediglich im Prinzip nur das Catchen der IP-Adresse umgangen. Hier empfehle ich, wenn du darüber noch mal ein bisschen mehr wissen möchtest, empfehle ich Semper Video. So, und zwar Semper Video hat mit, in seinem letzten Video, mit Snowflake helfen heißt das, da hat er das auch noch mal wunderbar erklärt. So, ich muss mal kurz schauen. Der hat hier auch eine Grafik gezeigt, die er das sehr gut darstellt. Genau, Snowflake-Tor-Projekt. Ah ja, okay, das war direkt auf Snowflake auch mal drauf. So, ne? Also das ist im Prinzip der Client. Das ist der Iraner, sage ich mal. Und der, wenn der eine über das Tor-Netzwerk sich verbinden möchte, via dem Protokoll WebRTC, muss er auf eine Bridge zugreifen. Und diese einzelnen Schneeflocken, die fungieren dann quasi als Proxy. Also da wird einfach die IP-Adresse quasi genommen, um eben auf die Bridge, auf die Eingangsbridge dann zuzugreifen. Ist technisch ein bisschen kompliziert, das ist nicht einfach zu erklären. Aber hier ist man auf jeden Fall anonym. Also mir kann hier jetzt niemand irgendwas nachweisen, dass ich jetzt hier irgendwelchen Schindluder treibe. Es ist auch nicht ganz so wie ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt hier Daten übertrage und vielleicht Straftaten begehe oder ähnliches. Ja, meine IP-Adresse fungiert lediglich als Proxy. Also ich teile, ich speichere keine Daten und ich sende auch keine Daten. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. So, jetzt, wie gesagt, wir sind hier nur ein paar Minuten gerade und schon helfe ich zwei Leuten. Zwei sind jetzt schon im Tor-Netzwerk hier gewesen über meine Snowflake. Ja, und so können wir auch im Prinzip den Iranern helfen, diese Zensur zu umgehen. Auch den Ukrainern, ja, weil die Russen ja die Netzwerkinfrastruktur da ebenfalls lahmlegen und gegebenenfalls zensieren. Auch den Russen selber, den russischen Bürger, die eben Putins Fahrplan eben nicht mittragen wollen und da ebenfalls zensiert werden. Auch die haben eben die Möglichkeit, über das Tor-Netzwerk, über dieses Snowflake-Netzwerk mit zuzugreifen. So, jetzt ist hier gerade lila. Das heißt, gerade eben greift keiner mehr drauf zu. Immer wenn es grün leuchtet, dann greift jemand drauf zu. Es ist auch nicht so, dass hier irgendwelche Bandbreiten, irgendwelche Internetbandbreite dafür zu blöden geht. Also das Internet wird dadurch jetzt hier nicht langsamer bei mir, nur weil jemand drauf zugreift. Weil es ist ja nicht so, dass hier der ganze Datenverkehr jetzt von irgendeinem Aktivisten hier durchläuft, sondern es ist ja lediglich nur der Request und die Anfrage, die hier über das Snowflake gehandelt wird. Wie bei einem Proxy eben. So, jetzt zeige ich das Ganze noch schnell an Chrome. Da habe ich mir nämlich jetzt hier einfach mal Chrome installiert. So, nee, will ich nicht als Standard und nee, ich will hier auch nichts senden. Okay. So, welcome. Also wie siehst du, ist wirklich ganz frisch installiert hier. Dann Chrome Extensions, das ich glaube, das kriegen wir auch hier hin. Einstellungen, dann Erweiterungen, Docs in Erweiterungen suchen. Dann hier auf dieses Hamburger Menü und dann ganz unten Chrome Web Store. Dann kann ich hier einfach Snowflake eingeben. Und dann haben wir hier gleich das erste. Snowflake hinzufügen und Synchronisierung aktivieren. So, dann kann ich hier auf dieses Puzzleteil, dann kann ich hier anpinnen, damit das hier immer zu sehen ist. Und jetzt ist hier auch schon auf dieses Snowflake auch schon jemand drauf. Ist also ganz einfach. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet. So, ich bin ja nur so ein Typ im Internet.